Hier gehen wir im Skalenwert auf drei, weil wir sagen, das Gefühl, das Sicherheitsgefühl, wird durch ein Mehr an Überwachung sicher erhöht. Die Sicherheit selber, das sehen wir gar nicht so. Nehmen Sie die Vorkommnisse, die wir ja jetzt schon in Richtung Amok-Terrorismus und so weiter haben. Wo haben uns da die Sicherheitssysteme wirklich geholfen? Was haben sie verhindert? Hilft es uns, wenn wir einen einzelnen Amokläufer, der durchdreht, bei seiner Tat mitfilmen? Nein, das hilft uns nicht. Wir müssen schauen, dass wir die Ursachen dieser Gewalt, die Ursachen der Unsicherheit bekämpfen, auch im wirtschaftlichen Bereich. Einbrüche entstehen in größerer Zahl oder Diebstähle dadurch, dass es den Leuten nicht gut geht. Und dort müssen wir ansetzen. Wir müssen an den Wurzeln anfangen und nicht dort, wo wir erst einmal Dinge verhindern müssen.